Das hier ist unsere Blockflötensammlung. Wir haben von der kleinen Sopranino Blockflöte über Sopran, Alt, Tenor, Bass bis hin zum Kontrabass alles mit dabei. Die Kontrabass Blockflöte ist unser größtes und tiefstes Instrument. Sie wird im Ensemble und Orkester am häufigsten eingesetzt. Es gibt aber auch moderne Solostücke, die man auf ihr musizieren kann. Ich spiele euch jetzt ein paar Töne vor. Wir haben heute Ensembleprobe und üben gerade die afrikanische Suite von Sir & Sieg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auf der Flöte kann man auch experimentelle Musik spielen. Das ist die Renaissanceflöte und das Donner ist, dass man damit in die Vergangenheit fassen kann. Man kann ganz alte Stücke spülen und sie hat einen super warmen und angenehmen Klang. Hallo, ich bin die Elena und ich spiele auf der ZDF für funk, 2017. Und wir proben für die Prüfung. Ich bin die Vicky und ich spiele heute die alten Blockflöte. Und wenn ihr Interesse habt, das Blockflöte zu lernen, einfach bei den Kärntner Landesmusikschulen anmelden. Und wir proben für die Prüfung. Und die Prüfung des ZDF für funk, 2017.